soo, PUBG ist aktuell so, ich kenne es euch, ich habe die Ehre leid tschüss, guck, tschüss, wir starten wieder mit Echo hast du dich jetzt im gewinnspiel angewandert gehabt ja, habe ich ich habe bei sowas nie Glück ja, ja, das wird schon, boi das wird schon das wird schon soo, Futter fassen, Futter fassen da passen wir los dann essen wir da soo, Futter fassen soo, Futter fassen ich bin müde ich bin müde ich will deine Dings auch noch hier bitte ich will Ian auch noch jaa, der kostet auch, wenn er unten ist, die Lernelfen ich hole den langsam ein, der ist 93 und er war 90, wo ich mit meinem Lernelf ungefähr angefangen habe ich hole den langsam ein ich bin immer noch, der ist abends immer unten ja, hat Dings nicht angefangen, dann hat er Schule wieder angefangen ich weiß ich weiß soo, Futter fassen soo, Futter fassen soo, Futter fassen soo, Futter fassen dass du in den nächsten Tagen denn ich habe den Ausgabe wieder online jetzt sie haben in den letzten Tagen in den letzten Tagen wieder online auch nicht, oder? nicht, dass ich wusste Warum weißt du sowas nicht, Serko? Ja, ich weiß nicht. Entlass nicht allwissen. Bist du jetzt Mott bei ihm oder nicht? Mott? Ich bei andere immer noch, ja. Wenn du das als sein Mott nicht weißt, wer solls dann wissen? Weil er selber. Ja. Er wird wahrscheinlich wissen. Ja. 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 Jetzt bin ich wieder. das wort hat er noch mal bett gespielt das ist so etwas wie lol ein bisschen schon ein kleines bisschen weil es war letztens auf steam gratis und dann habe ich es mir geholt keine pfeile mehr es ist ich habe keine pfeile mehr doch immer ich habe keine pfeile mehr ich habe keine pfeile mehr ich habe keine pfeile mehr Das war's. Wünschen. Ah, und ich habe mit meinem Internet keine Probleme, gell? Bin ich auf YouTube und Twitch gleichzeitig streamen. Ja, das ist auch nice. Jo. Gut, aufkommen. Jo. 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 Ich versuche mal alles mit Prisons vorzumachen. Vielen Dank. 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 Yeah. 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 Freut euch schon auf das neue Anno? Ja, sehr. Ich gewöge. Ich auch. Das sind also nur 33 MB. So, alles. Das ist ganz wenig. Download meine Pest wird aufgerufen. Ich lasse mal den Stream laufen und sehe mal was passiert. Irgendein 71 MB mache ich nicht den Stream aus. Ja, eigentlich 61 MB dauert jetzt nicht lange. Nee, das war abzugreifen. Sogar ich schnell. Das kann sogar dein kack Internet. Sagt mein Mod, ne? Ey, wenn der Mods besseres Internet hat als der Streamer, ne? Das ist schon ernstwertig. Wenn dir ein bisschen was abgekennen möchtest. Von was? Von meinem Internet. Ja, das war so geil. Dann würde ich mich überall durchschnorren, ne? Ja, quasi. So. Spreche. Spreche wirds ARM Lindsay. Und damit wird er nicht wählen. Sprech muss man sichoxide? Sprechen unter! Spreche dazu bald so Ideally hat 20 M1, Oh, das ist so loud. Oh, das ist so loud. Das ist so loud. Ach, schön. Nach Nordend musst ich oder was, hast du gesagt? DC, Nordend. Ich kann ganz genau sagen, wohin du musst. Du musst in Nord und nach Nulldrak. Nulldrak? Ja. Ich mache kurz in die Fähne und lege dich gleich in die Gruppe ein. Ja, mach nur. Ja, weiß ich. Machst du später mit, nur den Papi? Ja, mach ich nicht, mach ich nicht, wie ich Lust habe. Potenziell habe ich immer Lust, was mit dir zu zocken, aber WoW hat mich gerade momentan wieder in den Bann gezogen. Was ist in diesem WoW-Suck? Ich guck mal, ich guck mal. Da hab ich nicht wieder vergessen, was ich Alzheimer habe. Manchmal mache ich mir einen Film anspiel WoW und dann achte ich irgendwie nicht auf alles andere. Und dann fällt mir irgendwann ein welchen Feld mehr. Ach ja, Mensch. Da war ja noch was, ne? Was passt denn? Wie wenn du mich anschreist bei Discord und ich stunden später reagiere. Da passiert genau, dass ich für WoW gucke mir einen Film an und achte auf nichts anderes. Das passt ja. Ich lass es mir böse nimmst, finde ich. Nein, nein, das passt schon. Tim, ich meistens denke es mir schon, dass du gerade beschäftigt bist. Entweder fummlst du an dir selber rum oder sonst was. Ich muss dich bewusst antworten. Ja. Ich bin schon ein Arschloch. Na, aber nicht in dieser Weise. Ja, noch zwei Bosse, dann bin ich auch auf dem Weg. Ich will mal gucken, ich will eigentlich noch die 80 packen. Aber ich glaube, das ist ein Kind jetzt kritisch. Deswegen muss ich dich einmal missbrauchen. Ja. Dann sehen wir. Aber zu BFA bist du am Start dann, ne? Auf jeden. Ich muss nur noch den genauen Tag vor dem Release wissen, dass ich mich mit Urlaub nehmen kann. Ja, das Ding ist, ich muss ja schauen, dass ich bis dahin irgendetwas auf die Reihe kriege, ne? Du kannst ja, du bist ja noch nicht so allzu krass regiert. Wenn mein Priester jetzt 110 ist, dann können wir ja dann zusammen wieder ein bisschen rumlaufen, weißt du? Ja. Dann muss ich das Ganze... Das würde mich freuen. Dann muss ich das Ganze, was du noch durchmachen musst, muss ich ja dann auch mit der machen. Dann können wir das zusammen durcheiern, weißt du? Ja, auf jeden. Bis 110 ist noch ein bisschen hin. Das ist kein Thema. Dann muss ich mir noch ein, zwei Tage Zeit geben. Ich denke, Ende nächste Woche habe ich 110 auf jeden Fall. Und wann brauchst du noch? Ja, ich muss ja auch am Samstag wieder arbeiten, ne? Das ist ja kein Problem, Sirko. Ist doch alles nur Spaß, boy. Ich brauche halt keinen Humor. Ich brauche halt keinen Spaß, boy. Welchen Ruf brauche ich für Dings, ne? Für die leeren Elfen und Renai? Ja. Du brauchst bei Argus Vorstoß, brauchst du Ehrfürchtig, dann kriegst du die Mission für die Void Elfen. Und bei Armee des Lichts brauchst du auch Ehrfürchtig, dann kriegst du die Lichtgeschmiedeten, Renai. Wenn man jetzt überdreht... Dann kannst du die Rassen freischalten. Ja, ich bin da auf wohlwollend respektvoll. Guck mal, ist ja nicht allzu lang hin. Eben. Nur die Delis machen, die Großen. Ja, und die Weeklys, ne? Jede Woche am Mittwoch haben wir neue große Missionen, da kriegst du 1200 Ruf von der beiden Fraktionen. Pro Mission, das sind drei Stück. Da kriegst du ordentlich Ruf. Ja. Ich hatte halt das Glück, wo ich das gemacht habe. Ich habe das innerhalb von zwei Tagen gemacht von Respektvoll auf Ehrfürchtig, weil ich halt am Dienstag die großen Weeklys gemacht habe und am Mittwoch direkt nochmal. Weil die Wände dann resetet, weißt du? Ah, ok. Ah, ok. Das habe ich auch nicht bewusst in meinem Plan mit reingemacht, war ja zufällig, dass ich das gemerkt habe dann. Und dachte mir, ja, nicht schlecht, kann ich dann direkt machen. Dann war ich direkt innerhalb von zwei Tagen bei beiden Fraktionen auf Ehrfürchtig von Respektvoll. Der Lichtgeschmiedentrainer habe ich mir auch schon erstellt, aber ich finde heute Elfen cooler. Wobei es kann jetzt was erspielen. Ich kann es ehrlich sagen. Und das ist nämlich dann so ein Suchtfaktor. Weil irgendwann, irgendwann kommt der COE auch mal raus, ne? Vortex und das ganze Zeugs. Ja, ja. Was kommt los? Ja, ja. Chronicles of Elyria. Das, das, die Vorgeschichte, Alpha, Alpha kommt. Anfang 2019 kommt es raus. Ja, und Alpha sollte bald mal starten. Okay, Alpha können wir, mit Alpha können wir Ende 2018 rechnen, denke ich. Ungefähr. So, also so. Herbst 2018 würde ich sagen, weißt du. Ja eben. Und wann kommt, äh, links raus? PFA? Ja. Ähm. Im Sommer? Zul Trak hast du gesagt, was ich, gell? Bitte? Zul Trak hast du gesagt, gell? Richtig, ja. Ich bin grad beim letzten Boss, ich fliege dann auch in deine Richtung gleich. Stufe 74. So. Belaschen. So, dann lade ich dich mal ein, wo du bist. Boah, ich muss da auch Wechsel immer hinfliegen. Ich hab dich eingeladen, Kimani. Jep. Hab angenommen, ne? Na, ich bin auf dich. So kacke ist dein Gier ja gar nicht. Ich hab das schon ordentlich aufgeholt, hör mal. Ja, ich hab ja mal einige Zeit gesuchtet, ne? Das weißt du jetzt. Ach ja, hier, du hast ja schon zwei, zwei legendärische Autos an. Genau, 9.07, ne? Ja, geil. Ich hab ja auch einiges gekauft, ähm, beim, beim Händler, ähm, bei der harten Küste. Weißt du schon, was man da mit den, äh, Dings kaufen kann, mit dem, äh, Algoniter kaufen kann. Bei was für einer Gegenstandstufe hast du? Äh, 907. Oh, du hast fast genauso viel wie bei Main. Okay, fast. Ah, ihr seid nicht mehr weit. Kommt zur Warte der Schuhe hoch in den östlichen Berg. Ich weiß es gar nicht. Ich glaub... Ich zeige euch das. 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 Schade, dass Brand euch nicht begleitet. Ich dachte irgendwie, du hättest weniger. Mein Bruder tut nichts lieber als Titanen. So, Sultrack. Äh, du kannst schon mal... Äh, ich weiß nicht, ob du Sultrack entdeckst. Was siehst du die Arena da auf Sultrack? Oder wo bist du? Oder komm mal... Komm mal nach Dalaran. Nee, ich flieg jetzt nach Sultrack. Und erkundet das. Ich nehm mich direkt mit. Ich komm dir nicht über 1000 Winter fliegen. Egal was du tust. Nicht über 1000 Winter. Da wird es nämlich abgemauertet. Du siehst mich auf der Map, ne? Flieg obendran, dann nehm ich dich mit. Dann kann ich direkt zur Arena durchfliegen. Also warum fliegst du denn so schnell? Ja. Ich hab schnelles Fliegen. Hab ich auch. Ich hab nur 280% Fliegen. Ja, weil wir treffen uns hier. Ich warte jetzt hier. Das fliegen wir jetzt die ganze Zeit aneinander vorbei. Ich lieg einfach oben am Rand vom Schallersaal durch. Ich warte hier auf nem Berg. Ja genau, hier warte ich jetzt. Ich hab mir jetzt neue Drachen geholt, ne? Letztens. Was ist da ein? Ich hab mir geholt... Ein paar Mounds hab ich mir geholt. Nicht nur Flugdrachen, sondern auch Red Mounds. Die Dings hab ich mir geholt. Nachher der Garen. Den hab ich mir geholt. Und Schwarzdrache hab ich mir geholt. Und Schwarzdrache hab ich mir geholt. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Guck was ich mir geholt hab. Ich hab den Transmuten. 100 Kran, ne? 120, ja. Ja. Ich hab wieder nebenbei noch, während ich... wo ich mit WoW angefangen hab, wir haben Geld gefarmt, ein paar Tränke auf den Druiden verkauft. Mittlerweile hab ich wieder... äh... 534.000 Gold. Ich bin jetzt aktuell bei 84.000. Ja Mensch. Guck mal. Hör mal. Alles nur. Spaß, Boy. Ich geh mal kurz AFK, ne? Das ist eigentlich Moment. Wenn ich so weiter fliege, muss ich eigentlich genau auf... ...so fliegen, oder? Ich bin mal ganz kurz in der Küche, ich komm sofort wieder. Ja. Alles nur. Spaß, Boy. Wie ist das für euch denn da ausgeschaut? Wie alleine geflogen ist, oder bin ich so fett, oder was? Wie ist das für euch? Alles nur Spaß, Boy. Alles nur Spaß, Boy. Ach Mensch, wir leben noch! Äh, ich meine, das glaubt gar nicht geplant! Ah, du Arsch, du! Was denn? Denk sie für mich töten? Töten, töten, töten! Wow! Wow! Du kannst das nicht so gut wie ich, Gehmein! Ich weiß! Du hast einfach nicht den Wow-Faktor, weißt du? Ja, aber du musst ja auch irgendetwas können, was andere Leute nicht kennen, ne? Wow! Oh, ne, kack, nimm mal! Das ist kack, wenn die Mette nicht entdeckt ist! Oh, weih, scheiße! Da ist der Riese, da müsste es rein theoretisch... Oje, jetzt fängt er mit der Theorie an! Alter, seit wann gehen deine Theorien auf? Alter, schon immer, Junge! Was ist los mit mir? Weil die Theorien sind immer Beeschte! Beeschte? Beeschte? Beeschte, wo gibt Beeschte? Oh, ne? Wollte ich aber nicht! Weil ich meine Führungsqualität beweisen wollte, weißt du? Ach se! Weil die sind Beeschte! Beeschte? Oh, weih, ich kann die Quest jetzt nicht annehmen, da muss ich leider jemand töten! Oh, die geht noch! Buiii! Ups! Sorry! Ganz eng, unten bleiben! So, gib ihm! Ich geh jetzt hier um und er ist super! Soll ich nicht babbel? Nee, Alter, komm! Bitte schön! Was sagst du meinem Reittier? Den hast du sicher schon, ne? Ja, ich hab den schon, aber ich wollte es nicht sagen! Aber ich finde den cool, okay! Los, geh mal, töte es! Oh! Mensch! Der ging ja fix! Los, geh mal, töte es! Nee, ich kann die Kräfte auch abgeben! Der hat schon die nächste angefangen! Der kommt! Schlag ihn! Schlag ihn den Stücke! Ich muss näher ran! Ich muss da etwas anvisieren! Und das ist jetzt mein Fehler? Ich lehne die doch mal ab! Jetzt kannst du sie ja noch mal annehmen, ne? Du musst es weitergeben! Ja, aber irgendwie grad komisch! Du bist ein Entrance! Was? Du tötest sie? Ich mock so lange, ne? Ja, mach mal! Was denn? Das ist faire Arbeitsverteilung! Hä? Hä? WTF? Moment! Ja, ich hab ne Vermutung! Ich bin jetzt auch immer runter, Mom! Ja! Du kannst ja unten, hier unten, weiter mucken! Ich hab schon fertig gemacht! Da muss ich halt mithelfen, ne? Du kriegst es ja allein nicht hin, wie ich sehe! Ja, du musst mir helfen! Geh mal, du dir dir! Ne, du brauchst meine Hilfe! Ich hab schon gesehen! Du hast Spaß! Verpis dich jetzt! Yo, das hätte nach hinten losgehen können. Hör mal. Willst du abgeben noch? Ja, das müsst ihr dann abgeben. Warum nimmst du nicht einfach einen Blue Mount? Nee, ich kann den nehmen. Wie geht's denn so, Mann? Und wieder annehmen. Setz mich jetzt hinten in die Ecke rein und weit müssen. Da kommt ihr nicht von der hinten, von der Ecke rein, ne? So schön ist ihr. Und er ist einfach da. Und es ist einfach gut. Kann ich annehmen? Kann ich jetzt sehen. Vielleicht ist er noch auch ein bisschen anspruchsvoller jetzt, oder? Wird da so? Gibt es auch noch ein Anspruchsvoller, wo ich ein bisschen... Nee. Ich muss jetzt... Mensch. Ich muss jetzt... Mensch. Kann ich? Ja. Kann ich direkt mit dem Drachen bleiben hier? Mach sie kurz weg, steigst da wieder auf und ich fliege hoch. Was? Ich bin, dass ich... Jungen. Ist das. Du kannst immer, du kannst auch alle unter einmal starten, wenn du bist. Was siehst du jetzt? Was du jetzt essen? Was ich esse? Ja. Blut ist auch noch. Was ist das? 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 Warum? Warum? Was wollte ich jetzt sagen? Du hast mich zu sagen, maaaannn? Was? Weißt du was? Ich mach gleich den Delis. Wenn ich schon da bin. Chirco Boy, vielleicht kommt ihr noch. Kann ich auch mal. Soll ich dich mal rausschmeißen? Kann ich es machen, kein Problem. Nee, ich will dich jetzt nicht vor meinem Rücken schmeißen. Wie schaut es eigentlich mit der Gilde aus? Ich habe nicht weiter gemacht, weil ich mit den Voidelfen gespielt habe. Ja, dann kannst du mit Maldelfen, achso. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel nicht groß WoW spielst, dann brauche ich ja auch nicht weitermachen erstmal. Ja, hier könnte man alles aufziehen. Dann komm ich. Dann kommt der King, ne? Dann kommt der Maestro. Dann setz dich ins gemachte Nest, ja? Ja sicher, das ist ja das Schöne. Obwohl ich glaube, wenn wir soweit sind, dann wird mir Ian sicher nerven, dass ich öfter online bin. Wahrscheinlich, ja. Gibt es überhaupt schon ein Portal für das neue Dealer an? Sonst lass mich runter. Ich nehme ein paar, ich nehme mein, 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 mein Dings. Mein Hohestein. Ach ja, das Talarant sieht noch anders aus. Genau hier ist er noch wieder inhofft. Er ist ja beim neuen Talarant nicht mehr. Wichtig, da war ja was. Was ist das denn? Absitzen, Johnny. Johnny? Nein, das ist einfach... Muss ich jetzt wirklich noch meinen Dings nehmen? Ja, du kannst auch nach Sturmwind gehen hier. Von Sturmwind an in... Sturm gibt es ein Portal zum neuen Talarant, glaube ich. So, und jeder ist nicht bei mir reingesetzt, das ist die Brust, ne? Ja. Scheiße. Warum hast du denn einen Fallschirm? Wow. Angeber. Danke. Dann fallen wir ein bisschen, ne? Mhm. Du wolltest mich killen, ne? Nee. Nee. Du wusstest... ... du wusstest es, dass ich einen Fallschirm kriege, ne? Ja, natürlich. Und direkt einen Erfolg gemacht, Junge. So geht das. So läuft das bei den Dings. Warte kurz, warte kurz, warte kurz, warte kurz. Ach, sch... Das war zu langsam, was ist denn los? Nichts, ich wollte dich nur treuen. Ich wollte gerade ums Becken, damit ich, ähm... ...dann wenn du in Ruhe stellen nimmst, dass ich dich einmal wegziehen kann. Zu mir hin. Ich wollte dich nur treuen, alles gut. Du hast mein Erfolgreich, mein Troll, abgewehrt. Naja... Wie lange bist du heute da, Kim, ey? Bis... ...10 L circa. Okay. Aber ich geh jetzt erstmal afkar. Ich esse jetzt noch kurz ein bisschen Süppchen und dann geh ich mit dem Wookiee raus. Ja, passt. Ich mach dann immer meine Dailies. Ja, beziehungsweise die abgeschampten Quests. Bis wieder auf. Bis wieder auf. Ja. Ja. Was hab ich denn drin? Was hab ich denn drin? Was hab ich denn drin? Alles nur Spaß. Was hab ich denn? Los, was hab ich den? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Alles nur noch Spaß bei euch Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das gibt's ja nicht, Alter. Wo ist denn da los? WTF? WTF? Dämonenabschaum Dämonenabschaum überzieht dieses verwüstete Land. Keine Gefangenen. Streckt alle nieder, wie ihr seht. Seid auf der Hut. Da lauert eine Bedrohung. Durstig nach sterblichem Blut. Eine Höllenbestie hat bei ihrem Einschlag ihre Meister getötet. Streckt diese Monstrosität nieder, bevor sie unseren Vorstoß gefährdet. Streckt. 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 Amen. Das ist zu weit entfernt. 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 Das ist wiped kaik. Ich bin es nicht mehr洲 für Psychoaut have. Oh, ich bin zu langsam. Oh, ich bin zu langsam. Einsen ist da bei Raput. Dehnloch . Ich will noch kill, dann erhebt das meine Dehnloch. weißt du was lustig ist loki du heiratest ja am fünften ne am fünften Mai ich heirate auch am fünften Mai standesamtlich heiraten wir am fünften am fünften am fünften erstandesamtlich oder wie macht ihr die feier oder macht ihr die feier auch am sonntag ok ich dachte am sechsten hättet ihr die feier ja wir auch nicht wir machen am 7 gehen wir unterschreiben also nur ich und meine frau und am sonntag am abend gehen wir dann mit unseren drauzeugen auf ein bier und am sonntag gehen wir dann mit meinen eltern essen also mit unseren eltern essen und die richtige feier ist dann am 27 am 28 ja fahne hat ja am 5 geburtstag ein neuer leckerbischen blut hh uff ich brauche ein ziel Ah, so, warten, vielleicht kommt noch jemand, Luki, muss ich mir noch ein paar Minuten geben? Ja, nicht mal ein paar Minuten, da ist schon jemand. Ja, nicht mal ein paar Minuten, da ist schon ein paar Minuten, da ist schon jemand, da ist schon jemand. Also, die Leute sind einfach so, da ist die Leute, da ist sie einfach so, da ist sie leid. Ich bin ein paar Minuten, da ist sie dann auch so. Das war's für heute. 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 Bist du schon im Spiel? Ja, wir sind auf Quad 2. Schon wieder? Schon wieder? Schon wieder? Ja, keine Ahnung, der Loki liebt den so sehr. Und das ist sein eigener Server da. Was ist denn da los? So brennt, eklig. So, ich geh mal schnell was essen, ich bin gleich wieder da. Viel Erfolg. Vielen Dank. 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 Welches Team bist du denn, Alter? Ich bin gerade nochmal geflogen. Ich habe jetzt mal kurz in der Firewall was geändert. So, Squad 2 waren wir, ne? Ja. Okay. Ach, die mehr, Peter. Die war geil. Die war... God. It's going off between two guys. It's going off between two guys. Schnauze, bitte kurz. Danke. Okay. War hier gerade Funkdurchsage und da trädert irgendjemand so schief, das ist uncool. Das kann ich verstehen. Olaf muss halt jetzt aufhören, so einen Scheiß zu spielen und mit ihm zu machen. Hä? Hä? Soll ich auch kommen oder was? Ja, natürlich. Braucht ihr einen guten Heal oder was? Ja. Fuck. Ja, genau, Alter. Alter, Olaf. Was denn? Ich versuche, die hier zu verstehen und du singst die dann fett so schief. Ist mir scheißegal, Junge. Mir aber nicht. Ja, aber mir. Ja, das hoffen wie Schnauze halten. Äh, nee. Ich bin jetzt auch im Spiel. Okay, für dich halte ich die Schnauze. Danke. 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 Äh, in welchem Team seid ihr? Äh, Russen. Alles klar. Also bin ich, die Mahlis. Äh, ich bin bei Andes. Ich versuche, die sind. Die Mahlis irgendwie. Gar nicht drauf. Habe ich doch gesagt, das hat kass. Achso. Ja, essen wir doch noch. Teams sind unbalanced. Ich kann nicht. Dann müssen wir wohl gegeneinander spielen. Okay. Dann natürlich doof mit dem Voice hier, ne? Ich glaube, dann... Ich würde mich hier erstmal... Ich kann auch gleich versuchen, das wechseln. Wenn ich hier tot bin. Das ist eine gute Idee. Dann lasse ich das erstmal. Hi. Ist wahrscheinlich egal, was ich nehme, ne? Sind eh nur noch Schützen da. Ich will immer... Da. Irgendein Wunsch, wo ich spawne? Dann wohl da. Hallo, Kemal. Ja. 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 Alter, wie der am Brüllen ist, der Squad-Lied. Einfach weil er laut ist oder weil er sauer ist? Ne, weil er laut ist. Na, Ben! Mach nie so einen lauten Voice-Cup. Olaf! Mein Schatz, was geht? Hey, Olaf! Was soll denn das? Krea muss sich konzentrieren, du darfst nicht reden. Ne, der Kamal darf reden. Touché-Tüte. Na cool, ich hab mal wieder einen, wenn ich weiß wie die Fuchs funktionieren. So, aufgeben direkt. Seid ihr auf der 2 wieder? Ja. Zwei Beste, ne? Mhm. Welchen Squad bist du? Ah, ich bin gerade noch gekommen. Ciao, Mike. Ah, ja. Ich spreche jetzt hinter dir oder was? Was? Okay. Ein Meeting. Ja. Ein Meeting. Wie geht ihr schnell? Alter, das sind das für ein Squad-Lied, Alter. Ob noch wer hat? Ich hab noch nie so einen kommunikativen Squad-Lied. Alter, der Typ redet, als wäre er wirklich im Krieg. Total unter Druck. Gut. Ja. Wie ist das? Held? Wie ist das? Wie ist das ein Britannisch? Wie ist das? Die Gegner sind bei Oro direkt an meiner Position in dem Haus. Vielleicht kann man markieren. Loki. Die Gegner sind bei Oro. Die Gegner sind bei Oro. Alter. Was, was, was? Für ein Temp-City. Ist der zufällig Momo oder so? Nee, nee, Momo ist es zum Glück nicht. Da, wo meine Leiche liegt, genau da, genau oben drüber, da ist die Fop. Ja, wir wissen, ja, guck mal, genau da, wo meine Leiche liegt. Ja, wir wissen, dass er die Fop... Nein, genau nördlich davon, da sind die Gegner. Da ist eine Fop. Halt mal, wir wissen, wo du bist. Das war echt super anstrengend, ey. Drei von drei. Drei von drei. Ola, kick mal jemanden raus bitte. Wie, kick mal jemanden raus? Ja, da hab ich mir mitmachen können. needing Wie der Ficket zurückfährt, einfach. Das ist meine Technik. Wo seid ihr, meinstes Team? Amiv. Nice, ich bin Rassia. Wo seid ihr? Ich will gegen euch kämpfen. Oh, es gibt die K-A-S. Verteidigt ihr oder greift ihr an? Alter, was ist mit meinen FPS los? PSPC würde ich mal sagen. Und wie lange hast du den gestern gemacht? Bis um eins oder so. Ich habe gestern meinen Stream laufen gehabt, im Schlafzimmer und habe geschlafen. Irgendjemand hat Olaf gekillt. Alter, der hat so gebrüllt. Ich bin munter geworden. Er hat so gebrüllt, das war nicht normal. Ich bin voll erschrocken. Oh, die sind drin bei Village. Baby, wie ihr leistet, ist aber kaputt. Bache. Der Typ ist so intense, Alter. Junge, krass, oder? Ja, ich bin voll. Da ist doch nicht mal. Oh. 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 Vielen Dank. Komm, Arme, komm, in die Arme-Runde, komm, in die Arme-Runde, komm jetzt. Nein. Arraschia. Arraschia. Was habt ihr noch? Die Runde hat erst angefangen, oder was? Ja. Runder. Dann sind wir in der V. Ja, alle sind close in der Vorg. Tübelwix, wo bist du? Arraschia. Ja, aber wo? Wärten, Westen, Westen, direkt vor uns. Oh, scheiße. Der erste Spot. Sogar noch eins frei. Arraschia. Der ist direkt rechts in der Gasse. Wir kämpfen auch Oro, bitte. Direkt gegenüber. Oh, scheiße. Der ist direkt gegenüber. Andere Strafseite. Arzahn, bitte. RIP, Alter. Direkt wieder tot. Hier oben tot. Quarry is down. Noch noch drei Spawns. Die Strafseite. Die Strafseite. Die Strafseite. Ich komm rein. Die Flack nicht nehmen, ne? Ist schon euch klar, ne? Okay, Sal. Ja, Sal. So schnell nicht, Bulli. Soll ich abschaufeln, oder? Gegen schaufeln, ja bitte. Das würde ich sehen. Ja, klar. Setz mal an der Sandsecke hier auf die Dings. An die Fenster. Ich switche mal einer bitte zu Matthäus. Der ist frei. Bin ich aufgehend? Ich hole euch. Soll ich aufheben und so AT wechseln? Ich flashte den in der MMO-Box, aber keine Ahnung, ob du hinkommst. Ja, dann war noch kurz. Ich kann auch noch Energie. Ach, shit. Uuuuuch. Ja, Ende. Smoke man im Bereich 33 Nordwest. Nehmt dem Wichser mal die Sicht. Ja, wir sind in einem anderen Raum hier oben drin. Es gibt nur die blinke Treppe da rein. Die rechte Seite ist ein anderer Eingang. Du kommst da nicht rechts. 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 Ist da einer drin, oder? Direkt am besten am Fenster. Ja, aber am besten am Fenster. Südwestliche Ecke. Warum bin ich hier zu Hause? Hä? Leute, bei mir war voll der Lack. Und deswegen bin ich gestorben. Was denn das für ein Scheiß? Ich hab da auch einen ganz guten Treppe drin. Aber zwei konnte ich holen. Links, rechts stehen die halt. Willi, der Beste. Auf geht's. Wo ist der Stryker? Wo ist der Stryker? Ich will sitzen. Richtung 33. Ich glaube, das ist Luki und Ting, dass die ihn nicht angreifen. Was hat denn ihr? Bei Quarry. Ja, die Luki. Yes. Moin Moin. Mellik, kannst du mich holen? Nein, kann er nicht. Stiege ist voll. Da ist Fibia im Stream zu, nicht? Ach, jetzt fehlt's. Jetzt schnell ich es. Ja, das sind Stream-Schnipers. Ja, das sind Stream-Schnipers. Sport ist und. Ja. Ja. Ja, das sind Stream-Schnipers. Ja. 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 ich habe immer guck mal raus und wohin mit der granate das gibt's doch nicht alter ich habe keine verbände mehr jetzt verblutig bist du hier alter direkt neben dir schaust du nicht mehr HB? Dann gehts auch da Von wo kommen die rein? Südwesten irgendwo Mach doch einfach Fuck, bin down Bin auch down Alter 66 Sekunden bis zum Spawn? Ich glaube die liegen irgendwo auf der Brücke im Südwesten auf diesem Turm Das liegt wahrscheinlich da drin, weil sie in der Nähe sind Sonst haben wir Ich sehe ihn bei diesem Rohr, bei dieser grünen Brücke da ist einer Achso, kann sein, dass gleich links von dir was kommt Ich bin jetzt da zehnmal gestorben Nur weil mit ihm der Mist geführt Durch die Wand da abgeschossen hat Wir haben ein paar Hits Der ist auf 219 Ja, das ist ja Ja, das ist ja Auf dem Berg Auf dem Sandweg Dauert es, je länger, je mehr Gegner da sind, dauert es länger dann, bis du sporten kannst? Ja Ich war eben schon bei 20 Sekunden Jetzt bin ich wieder bei 27 Sekunden Hey Leute Hey Leute Was geht ab? Geh dich nichts an Geh dich nichts an? Das ist doch ne neugierig die Leute Naja, nimm mal Hat man nicht meine eigene Neugier befriedigt bekommen oder was? Nein Ach du bist hier um dich zu befriedigen du ekelhafter Äh, Scott Leader, kannst du mal markieren Wo die genau sind auf der Brücke Ich mach dann Granatwerfer Jo, mach ich gleich Ich seh, ich spiel Squats Ja So Jo, wir seht sich ein Meter rein Wir spielen gerade gegeneinander zufällig Von daher, äh Gibt's keinen Verlierer Ach, die sind wieder unten bei dem Backon Die sind nicht, das ist cool Ist immer gut Dann haben wir mal gleich einen Fimrasquad Ich join euch mal Wenn es der Gegend hat Alter Ui, yo Come on, helf mir Ey, ey, du Ey, du Ey, du So müsste das ungefähr sein mit Markerion Danke, danke Ey, der wirft die Granate nicht weg Ey, der wirft die Granate nicht weg Jawohl Ist echt egal Ist echt egal, ich bin der Sportmann Nicht alleine Alles gut Sein Müll, Alter Ihr Wichser Sein Müll, Alter Ihr Wichser Der hat kurz telefoniert Das ist der Switch Squad Jede geblieben, Mann Da ist er Was ist denn Server seid ihr denn? We love Squad Germany 2 Alles knapp Danke Ich hab mir mal so richtig teures Wasser gegönnt Alter Alter Das ist ja auch Sprudel drin Ne, ist gar nichts Es ist stilles Wasser 5 Euro, Digga Von, ähm Spaceside Glenlivet Naturelle Mineralwater Krass Schnelles Wasser Wer hat die denn da hingesetzt Der ist auf dem Der ist auf dem Zug über dir, Squadlead Wenn ich groß und sind für die Geldhaft, dann, äh Ja, aber dann war's, ich hab's mal von uns in der Granate gesagt Boah, ich brauch mal so ordentliches Wasser ohne die ganze Weichmacher und die ganze Plastikscheiße Und ich wollt' mal diesen Geschmack ja wieder schmecken Boah, ist einfach krass Du fühlst dich wieder auf den Bergen greisen Das ist jetzt in Eis irgendwie so geschmilzt Übern Richtig alten Geilen, ähm Meer aus den Bergen So wie die Ressourcen rausbekommen Alter Na, muss sich einer von euch verbinden? Alter, wir haben zwei perfekte Sarnies, ne? Sarnies Keine Täter Medix Sarnie Ahhhh Die Witzer helft mir einfach nicht Ich weiß schon, du hast easy Oh, wen hab' ich erschossen? Mich nicht Hier ist einer von meinen Augen gerade zusammen geklappt Klappstuhl Vielleicht war es ja noch ein Stuhl Klappstuhl Klappstuhl Ja, aber so Von wo? Von wo? Ich hab's mir das nicht weggekriegt Aber ich vermute, Mann Von hinten irgendwo, ne? Fähle Was soll man weitermachen? Query halten, oder was? Ja, der ist ja Ja, er ist geclaimed. Ja, keine Ahnung. Wer ist gerade in der Base von euch? Ich bin's, hallo. Hast du ein Fahrzeug? Ein... halt ein... Ja, Paustin, hilf uns auf Quarry bitte. Okay, hör mal auf da mit RPG auf die Mitte zu schießen. Ja okay, damit dir irgendwer... Wenn nicht, mach sicher, mach ich's einfach. Oh, hab ich dich erwischt? Direkt im besten RPG, auf dem Hügel. Das ist auf jeden Fall Luki, mit dem AT. Nee. Was, bist du nicht AT? Nee, ist voll. Also, ist schon weg. Medic, kannst du mir helfen, oder bist du unten bei uns? Wie salzig denn, Dude? Ach, du bist da oben, okay. Ja. Quad Lead. Gut, dass der Medic auch oben ist. Ist der salzig? Ja, sorry. Hast du deinen Pop-Gun nicht weggenommen, oder? Copy Spawns in der Mail? Ja. Geh mal. Wo? Ich hab ihn. Wer ist jetzt von euch gestorben? Und ich einfach abschaufeln. Das bringt ja überhaupt nichts, was wir hier machen. Apropos abschaufeln. War einer geschaufelt, Matthias? Ja, ich kann abschaufeln. Aber wartet noch. Wartet noch, bis wir mit der Kette kommen. Vielleicht können wir sie irgendwie zurückholen. Wenn nicht, dann könnte ich gerne abschaufeln. He's down. Toll. Wer war denn das von euch? Die sind oben. Die sind oben. Die sind oben. Der Server. Paul, kommen Granaten reingeflogen? Attention, please. What the fuck? Oh, Matty, kannst du mir helfen? Ich muss hier einen Namen. Hinten an den Tischen. Der ist down. Sein. Komm mal da runter. So, so. Ihr belebt einfach Leute wieder, ja? Hm. Hm. Oh, was? Alter, was war denn das für ein Sniper-Schuss? Alter, der war krass. Wie das war. Das war sehr schlecht für dich. Aber ich weiß nicht, ob ich dich getroffen habe. Oh. Ich lebe wieder. Und ich bin bereit, mich zu rächen. Nein, aber nicht auf mich. Hm. Boah, was war das denn? Na ja, von wo schießt der denn? Hoho. Wo bist du, kleiner Kacklappen? Alter, ich seh dich gar nicht so viel. Wo schießt du? Wo versteckst du dich? Hä? Ich bin bei Mama. Sag, sag, wo du bist. Los. Versteckst du zum arischen Flügel. In unten. Ja, wieso ist man der Reststimme? Geht es nicht mehr? Oder weil sonst ist verloren Query. Was ist das hier? 3 Publik-Query. Die können Query nicht nehmen. Alter. Die können Slack als Shopping-Fetter. Das ist ein Server. Von wo schießt der denn, bitte? Der schießt der überhaupt nicht. Ich hab's gesehen. Das war sehr romant. Das war sehr reizend. Das war so. Und wenn ich sage, I love you Turk. Hast du die Frau gesehen, wie die reingeguckt hat? Hm. Hat dir gefallen. Ja, das hat dir gefallen. Könnt ihr schauen, wer kommt? Die war aber enttäuscht, weil die haben sich keinen Kuss gegeben. Bei uns ein Wagen. Boah. Position. Ich bin down. War ich das? War ich das? War ich das? Brauchst du immer Haus? Nein. Fack der jetzt gleich. Nein. Fack der jetzt gleich. Ich hab keinen Bock hier oben drin zu chillen. Alter. Ich hab keinen Bock hier oben drin zu chillen. Ich mach mal Haus da oben, Jungs. Ja. Ja, gern. Oh. Oh. Die schießen aus diesem kleinen Dorf, was hier unten noch ist, im Süden. Diese zwei Häuser, die da sind, da schießt man wo einer raus. Guck da mal mit den 30er hin. Verstanden. Ich bin der Schuss. Ich bin der Schuss. Ich bin der Schuss. Wer war das von euch? Ich hab ihn getroffen. Da ist immer noch einer im Dorf drin. Boah. Die Leute die joinen wollen. Okay. Ah, Granate, ich bin down. War das etwa meine Granate? War das etwa meine Granate? Das nicht, wie ich wissen. Ich bin sniper von dem Spaß. Jo, das Dorf ist clean. Gut, ich denk mal, dann sind wir jetzt wohl weg hier. Ja. 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 Verstanden. Wir gehen kurz repairen. Und dann... Ups. Sind wir gleich da. Wir brauchen Munition. Wie viele waren das? Ah, ich hab jetzt bloß eingesehen. Wahrscheinlich wieder die gleichen Meere. Ja. 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 Habt ihr auf mich geschossen? Ich bin ausgestanden und weggerannt Au, ich bin getroffen, bin unter Beschuss bei mir Und bin down, also da ist definitiv ein Feind Machst du auf so nem Hügel, Olaf? Ich hab nicht gesehen, wo Dann war ich das Alter, 6-4, ne? Wir waren im richtigen Team Ja Was haben wir? Oh, Loki 18, nice Er hat fast den 9. gemacht eben Aber ein bisschen geschielt, zum Glück Ja Ich hatte nur so'n Kack-Scope Ach, Alter Dass es so anstrengend sein kann, das Spiel zu spielen, ne? Ist Gott lieb Ja, es war halt voll, äh Thema Mhhh Kannst das eher so'n entspannter Squad-Leader sein? Oder so'n richtig radikaler? Oder so'n hyperaktiver? Ja, der war auf jeden Fall hyperaktiv Der war sowas von, ey Der hast du gemeint, der wär auch Aber sympathisch, also Nett Boah So wie Momo Ja, Momo auch Momo war noch viel schlimmer, ey Ähm Ich bin jetzt bei den Ich bin jetzt bei den Alle meine Aquamala Spiel So, jetzt die Frage Wo ladet ihr euch ein? Kemal, komm rüber, komm rüber Komm rüber Komm rüber Schnell Schnell Wie lad ich euch denn nochmal ein? Hier einladen Äh 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 Warte, wo seid ihr? Die Mühe Das Kemal Das Kemal Ach, der ist ein Kemal Jawohl Ähm Das Loki Kann nicht joinen Nee, ist gesperrt Du musst Page abdrücken Bild auf Bild auf Bild auf Bild auf Bild auf Bild auf Schick nochmal bitte Oder Schick ihm nicht nochmal So Nee, wir sind alle nicht daten Wo ist Nummer 5? Einige sind daten Andere sind nicht daten Was? Hä? Hups Was? Äh Und hier Jo Sollen wir spawnen, Olaf, oder nicht? Gehst Plätze bei euch im Server? Stimmt Ja Wer braucht noch ne Einladung? Andere Leute, die auch da versucht, um rein zu spielen Da bin ich weiter reingekommen, der zu gezählen Noch keiner, von daher eben, äh, so zu viert So, respawn, oder wie, Brunner? Du kannst J, C, V, D auf ein Einladung, aber nicht Letzt mal Main Und dann nehmen wir die ganzen Flaggen ein Wieso nicht wechseln Ich bin rein Also Main Ich bin richtig im Team Also wir sollen die Flaggen einnehmen, ja? Alles klar Ähm, dann springe ich bei, äh, Estate direkt raus Obwohl, da kann ich, ja doch, muss mich eben absetzen doch Ich mach erstmal Light Machine dann, bis wir dann den Künstler haben Habt ihr? Ja, fahr los Nein Ähm, ich lad, ich schmeiß den ersten hier raus Ich komme Äh, Estate oder was? Ich geh zu Estate direkt, ja Ja, ja, ja Wollt ihr nicht auf eure Bitch warten? Olaf ist doch schon da Okay, kommst du mal raus Ja, 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 ja So Kemal, ich schmeiß dich oben raus Wo soll ich denn hinlaufen, Chef, ne? Äh, geht's schon mal zu Fringe, Fringe, Fringe Ich dachte, der Olaf ist der Chef Aaaaaaah Ja, ist er ja auch, aber wenn Ja, äh Kemal schon zu Ellie's bringt, dann Ja, was macht's? Fangen mal, ähm Fangen mal Gruppe auf Hä? Ne, äh, er muss sich einladen Du musst mich einladen? Ja Wie geht das? Macht er gleich Ich muss grad fahren Erstmal schiebt die Map auf der weite ich in Spiele Was hast du? Und raus Auf dem Weg Ich geh da mal kurz bei Charlie rein Wenn ich, wenn ich bei Fringe bin, dann, äh Fuck, Baum, Alter Alter, ein Panzer lässt sich besser fahren, als dieses scheiß Auto hier Ich hab nur das mal ein So wie du hierhin gefahren kommst Ne, ich muss, äh Wir müssen das ja schnell tappen Eben Ich fahr vor, ja? Ja, ja Kannst du ihn umfahren? Oh, fuck, hier ist ne Mauer Ah, fuck Scheiß auf das Auto Nimm einer von euch Ich lauf rüber Kann ich gestation schnell mal vor Ja, der ist, der ist ein anderes Quartende unterwegs Ja, okay Kann einer von euch das Auto vielleicht nehmen und grad richtig hier rein fahren Okay, damit wir das machen Okay, aber Alter, ich… Wie hast du die Mauer denn getroffen, Olaf, ey? Kompele, kompele, kompele Kompele, kompele, kompele Kompele, kompele Was zum acne Ehre aquela Du tornar schön aus Ich würde gar nicht Science Ich92de gar mit Jacke Ich glaube, konnte Alter, wann bin ich denn hier an diese Alter, ich komm mich denn hier an diese Nimm pewno Ne das sind doch von uns Mein Team benefits, alter das gibt es schon dicht geflammt dass du das nicht geschafft hast zu freundlich zu gehen noch nicht aber also es war schon vorhin schon mal nach ding gefahren habe auf moskou sind schüsse ich bin ich bin in der gruppe schon dass ich einladen kann oder wohin jetzt du kannst ich jetzt mal da wo die pop ist kannst du hin ich mache ich möchte mich mal hier weil ich habe noch den squatch hat er jetzt ja voll die schöne stimme und so aber also soll doch jetzt zurecht kommen oder ich bin hinter dir ja keine ahnung roland in einer die klappe nicht halten kann zwischen müssen oder war er hat sich immer wächter und kruppel alter ist nur Jetzt hoch oder? Jetzt hoch oder? Ne wir bauen hier einen FOP Alles klar Alles klar Dann bauen wir einen FOP auch oder was? Ja Kann man hier noch ein bisschen Wart ihr anreden oder was? Mach bescheid, wenn du drauf bist Kommen wir in der Höhe Boah Geh mal Jetzt bist du nicht zu mir gefahren Und hast du mich dann abgeholt Ja gelaufen ist gesund Ja Alter hast du heute irgendwie viel Koffein getrunken oder so? Wie viel anstrengend Das Wasser ist richtig krass Es macht einen so wach Weißt du? Ja Es fühlt sich wie in den Bergen Wir sind ein richtiger Wikinger So, schon viel angenehmer Obst du eine Axt in den niemand rein zu schlagen Hattest du noch hoch jetzt auch gemütet? Ja Ja Ich bin auch kurz davor Ja ich tue auch mal hier nicht Ja ich tue auch mal hier nicht Die ENCE das Spiel spielen wollen sie Ich tue auch mal eins Dann kommt auch mal einer Bitte was? Aber welchen Sinn hat das Von dem Discord in den ich redest Und dann hier Die sind doch alle im selben Team Ja es geht nicht ums Reden Es geht darum Es geht darum Nicht Sinnlos die ganze Zeit Irgendwelche Geräusche zu machen Wir sind mitten drinnen Ja es geht um So Jens, wo seid ihr? ich habe gerade gefragt wir machen uns aber ein bisschen richtung auf jeden fall der hat mich auf 280 von mir ich wurde vom village aus abgekalt ja wir haben die rallye in der nähe können wir wiederholen nein das macht das andere team ja wir müssen helfen er meinte wir sollen hier weg ich werde das aber nicht mitzubekommen ich werde das aber nicht mitzubekommen ich weiß nicht wie lange dauert bis wir sie gleich kriegen einfach nicht weg welche Waffe hast du gekriegt? hast du einen Scope? nein 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 auch ein K ja dann könnte man von hier mal den Anti-Tank wegballern ok ich mach Max blockback Olaf könntest du auf E929 einmal den Wagen markieren bitte er ich höre sie so leise Olaf ist down E9 weiter E929 ungefähr Olaf nicht aufgeben Ok der fährt jetzt weg der wurde getroffen da rennt einer in den Hügel auf da rennt einer in den Hügel auf da rennt einer in den Hügel auf oh neit 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 ich hoffe es für euch ich hoffe es für euch ich müde mich am Discord auch wenn jetzt die Hälfte im Discord redet und die Hälfte da dann hört man sich nicht immer wappelt ja kannst den Marker erstmal wieder wegnehmen aber der Logitruck müsste jetzt eigentlich von unserem Team geholt werden weil da gerade nix ist zum kaputt machen ok Jungs wir sollen zum Moschee cool hab ich drauf nichts zu machen crash mein Game anscheinend schön Olaf warte noch Olaf warte noch nimm das mit dem Medic zusammen ähm das ist über der Flagge 2 über unserem Rally warte jetzt geht's ja da ist aber noch Endgame drin ne hm doch sagt er auch nicht keine Rückmeldung aber soll irgendwie nicht mehr reintappen ist der Körper hier vielleicht ist er gerade im Gang sich auszuloggen ähm Squad Lead ist schon cool stell dich mal nicht vor mich nicht dass ich gleich rein drücke und irgendwie macht bumm äh pass ich müde mich auch auf die Squad ja Olaf wohin Olaf wohin Moschee wir treffen uns am Wegmarker sammeln uns und dann gehen wir zusammen vor und dann gehen wir mal auszuloggen auszuloggen es ist noch ein drücken ne auszuloggen 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 Nami Kroos, was seid ihr? Nami, was seid ihr? Kreos, game ist abgekackt. Nami Kroos? Ich bin nicht so weit weg, ich bin eigentlich ein bisschen hinten dran, aber man muss bald versuchen, über die Straße zu laufen. Okay. Keine Ahnung, wie wir Moshi liegen sollen. Er ist gleich weg, ne? Viert, ja. Wir sind gut, wir schaffen das. Die Frage, was müssen wir danach verteidigen, ne? Allays? Ja, Muskel ist richtiger, ne? Und danach gucken wir halt einfach... Das Squad 3 und Squad 5 ist irgendwie noch zu Gas Station da irgendwie geschafft, das einzunehmen. Geht's los oder was? Wir rücken mal weiter vorne, wir rücken mal weiter vorne, dann noch ein Rally. Amor wheelie ist fast da. Komm. Ich glaube, ich bin's Haus, wir sind back'ed. Vielen Dank. Sitz ich hier im Haus und ready. Okay, auf mich wurde schon geschossen. Jupp. Lass uns gucken. Ich bin da. Ich bin da. Pass auf Leute, bei der Boske, wir finden sich ziemlich viele Leute, die sehen euch schießen, sobald sie fühlen. Olaf, magst du noch einen dann? Ich bin da. okay die hocken in dem gebäude g7 12 ungefähr beziehungsweise ne quatsch g8 75 das gebäude ist oben auf dem dach so nah alles klar ich bin snapper ich ziehe eine panzer an der mine, haben wir dafür irgendeinen guten spot braucht jemanden mehr der kit nein ich bin neun auf dem blutnet einer down, da oben ist jemand und da bewegen sich alle weg jetzt, mich witzig mal wenn ich nicht schießen würde ich bin down im haus, dass du mich auf jeden kanzkammeral, bist aber eigentlich bin, bin unterwegs zwei da, cappen alle da oben auf den dächern ja, dass wir zwei gekämpft alles rüber mit verteidigen alles klar 060 ist auf jeden fall jemand unten im fenster ist das über euch, kräon, kämmeral dieser swat-voice ist k-angebäude richtig schlimm ey wird richtig geflamed ja man ja 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 wie ja 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 Ripped. Okay, Wagen ist kaputt. Wer liegt es noch? Sein game ist schon wieder gecrashed. Scheiße. Alter boi. Gehrt. namik aus du weißt dass wir zu ellis so ein paar kids geholt jetzt hoffen wir heute da noch Ich bin da Hinter mir war das Wo schießen die? Sie in den Gebäude? Hola Was ist da? Kann mich jemand aus der Position sagen? Was ist denn? Wo hin jetzt? Wo hin jetzt? Drobolo über dir Der Wagen kommt auf uns zu Aufpassen Wo hin noch mal? Der zweite Wagen kommt auf uns zu Das ist unser Wir sind auf dem Weg du Alice Um das anzugreifen Okay Angel Was geht Boi Da du hängst Alles klar Wo bleibst Warum nicht online Warum bist du nicht online Angel Was? Was passiert? Oder was? Nee Frau fehlt noch nicht Nehmt mich mit Was? Wir cappen gerade Schöne grüße Frau vom Angel Nice Ringlechter Ich komm zu dir Dann können wir auch nur Ding stellen Ein Rally Wie Wann hast du eine Frau? Ähm 180 Alter was ist das für ein Scheißspiel? Da kann man nicht mal schwimmen Also Süden Also Süden Guck mal bitte ein bisschen näher Warum kann man in diesem Kackspiel nicht schwimmen? Weil das Ja Leute sind hier nicht schwimmen Okay Alle Du meinst die Allah hat gemacht Könnte nicht schwimmen oder was? Alle ja Ja das wäre nice Morgen bin ich auf jeden Fall Samstag auf jeden Fall auch wieder So heute wieder im Stream wie du siehst Ja freundlich der Typ Sonst äh Bin ich ja so dabei Ähm Nördlich von uns In dem Gebäude Olaf Komm da nie rüber ne Ich fahr vom Angel Verpisst dich Arschloch Verpisst dich Arschloch Ich häng dir fest Äh aus dem Osten werfen die jetzt Granaten hier hoch Olaf Irgendwann wie früher kommen Und von unten kommen sie jetzt Ah fuck alter Habt ihr ihr Spawn gesetzt? Ja Spawn wurde zerstört Der Rally ist tot Ja Gegner zu nah Ah fuck alter Medik der was mit holen kann Medik 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 Ja nice So was bei dem Main treffen rip Guck mal Aber wir haben jeder Medik Vielleicht tut er mich sorry Cos aber Im Mader Die Lücke wird gecampt Kurzer Aufkade, Kleinen ins Bett bringen Unser Ziel ist ja noch alles, oder? Okay Das ist ja noch alles Okay 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 Is Okay Okay As Verfluchten Penner, Alter Ich bin nach der Runde leider raus, okay mal Morgen bin ich aber wieder da Wie musst du morgen arbeiten? Ja, Frühling Das heißt, wann bist du dann online? Also zackbereit? Äh... Gegen... 18 Uhr sowas Nice, das passt richtig gut Dann lass mal morgen direkt Dann schon früh anfangen Auf jeden? Wenn du Bock hast Auf jeden Auf jeden Ja, machen gern Aber die Runde machst du schon Atlantik, oder? the HeOK High sodass sched bis zum nächsten Mal Von wo schießt denn der? Was fickt der Arsch? Schmeiß ne Granate drüber Du Penis Der weist Maher Das war so schwer Dutz Der neige 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 Bibel wart, Bibel wart, Bibel wart. Wartest du oder fährst du weiter? Ach wie du denkst, wo ich bin, wir sind auf jeden Fall unter Beschuss. Was, was ihr nicht sagt, ne? Wartest du? Wie ist das? Wartest du? Wartest du? Untertitelung des ZDF, 2020 Und wo kommen die Schüsse, Jungs? Könnt ihr was sagen? Der Fick, die Scheiße! Oh, ist er tot? Ich glaube, irgendwas ist mit Kemal passiert. Ich glaube, er hat sein Wasserglas besucht. Nee! Hast du deine Arschung etwa in die Luft aufgegangen? Ja, ja. Ich wusste es. Hat sich genauso angehört. Du hast keine verfickte Mädchen in der Nähe. Egal! Ja, ja, ja! Ja, 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 ja! Ja, ja, ja! Hi, Kamal! Hi! Die wollen sich in Luft springen! Ja, ich hab schon! Ich hab schon! Ich hab hier kein Bock! Das ist nicht so. Da gibt es keinen Weg. Es ist ein Haarm. Das ist ein Haarm, Bruder. Haram wer what the fuck hat mich jetzt ein mate abgeschossen so ein müll man so ein müll ich bin raus ich muss leider heute raus aber morgen bin ich dann auf jeden fall da oder auf ich bin auf aus ok ja ok tschö 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 mach mal eine runde babchi oder ja lass mal eine runde babchi spielen das ist bestimmt lustig alter naja ich bin ja noch ein paar runden wie heißt du du bist? thema.habib alles klar warte 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 eu Entschuldigung, Kemal Habib ohne Punkt Kemal Habib ohne Punkt Kommt sofort Mit dem Löwen als Profilbild Der hat einen Punkt Der hat einen Punkt Der hat einen Punkt Warum sehe ich jetzt deine Freundschaftsanfrage nicht mehr? Hast du sie gesehen? Ja, hatte ich aber jetzt nicht mehr Lass mich positiv starten Freunde, ich habe keine Freunde Wer hat denn schon Freunde? Männer hat man Brüder INTIREIT Ich bin bereit Ich bin bereit Ich bin bereit Ich bin bereit Du jemanden sei in der Tat, ich bin bereit I'm bereit Da bist du ja. Ah, alter, ein nackter Mann. Nein! Du bist nackter Füße. Ja, ich stehe auf nackter Füße. Ich sehe das Gleiche. Also bei mir kann man die kleinen Nippel sehen. Bei mir kann man schon die Kiezebilder schon mitverfolgen. Bei mir ist das so, das ist ein Ableckungsmanöver. Weißt du? Du meinst, wenn man bei dir zuerst auf den Nippel sieht. Hä? Und dann sieht man erstmal überhaupt irgendwas anderes. Erstmal so fokussiert. Oh, Zerfpassen. Und dann kannst du direkt nackern. Das mögen die Leute. Ganz firren gestreicht. Aber ich hab schon, ich hab schon in PUBG schon eine Zeit lang nicht mehr gespielt jetzt. Ich hab vor zwei Wochen zweiter Zünn zerstört beim PUBG Spielen. Okay. Ja, aber wie ist das für die Bude? Alles für Pürsten. Eigentlich noch. Ungewohnt. Hab ich immer Pürsten gespielt? Nee. Ich bin normalerweise auch immer Pürsten. Ja. Jetzt siehst du sogar die Pizza im Foto. Hm. Du warst schon lange nicht mehr, oder? Okay. Wie? Seit wann ist das denn raus? Ich glaub. In dem letzten Update. Großen Update. Wo gehen wir hin? Keine Ahnung. Nee, ich bin immer rausgegangen. Hier bei dieser komischen Pürsten. Aber ich immer... Ja, meint mal, was ist hier? Oder hier? Oder hier? Oder da? Okay, dann gehen wir da raus. Da rausgegangen. Ich muss ja Glück haben, dass er jetzt was gewusst ist. Ja, und Dings... Ah, und man klickt nicht mehr so weit, ne? Nein? Ah ja. Was ist das denn eine? Ich bin ja für komplett angezogen vom Boden. Man fliegt leider nicht mehr so weit, wie es vorhin nur mal war. Hast du dir das auch geändert, dass wenn du von der Sohne getroffen wirst, ist das dann schlimmer für dich jetzt? Bitte? Dass du dann mehr Leben verlierst, wenn du von der Sohne getroffen wirst. Hm, nee. Ah, ja, ja, wenn die Zone ankommt, auf jeden Fall. Ja, okay. Das haben wir ja wohl geändert. Aber da hast du mehr Zeit, oder? Nee, Zeit ist immer noch random. Zeit ist immer noch. Okay. So, einer ist... Ein Squad ist mit uns... Und da? Boah, wie kann das sein? Ich bin noch im Dug. So, einer ist auf jeden Fall bei uns. Ist da einer bei uns? Ja, auf jeden Fall. Hinten. Auf... Südosten ist er gelandet. Alter, läuft, ne? Hast du was gefunden? Mini und ein Pyroskop. Nice. Hier ist eine... Oh, ich hab eine AK gefunden. Boah, ich hab eine M4-16 von mir. Ist das die AK? Ah, nee! Ist da, ist da, ist da. Ich bin down. Fuck, ich hab das Auto übersehen. Achtung, die haben ja meine 4-16 nicht. Was? Wieso ist der nicht gestorben, der andere? Ja, das verstehe ich auch nicht. Hä? Fuck! Alter! Er wird sich verarschen, Alter, ich hab den Typen noch... Boah, ich hab das Spiel schon lange nicht mehr gespielt. Ich hab gedacht, er wäre schon tot in diesem... ...beschüss, der ich gegeben habe. Kannst du bitte... ...Bass-Bass machen? Was für mich. Ich will meine AK nehmen, so. Ich hab damit Damage gemacht, ne? Ja, aber... Was ist denn jetzt, Alter? Ich komm nicht klar. Ich komm nicht klar, Mann. Kannst du Fest-Bass machen? Ja. Ich bin... Ich bin damit gewöhnt. Ja, okay, dann machen wir. Das war ja übelst komisch, Mann. Das war jetzt wirklich übelst komisch, ne? Ich hab die andere mit der Mini dreimal angehittert. Mit der Mini, ne? Wo hast du die... Ja, dann müssen sie doch irgendwie... Ich muss auf jeden Fall zum Boden gehen, oder sonst mal. Aber wie könnt ihr die da überleben, Mann? Was ist denn so ein Scheiß? Ich verstehe. Ich verstehe nicht. Ja, das ist schon ein bisschen... ...meinig mal ist das... Ich hab sechs Schüsse gegeben. Sieben oder sechs Schüsse. In den einen. In den ersten. Ja. Das stand einfach. Weißt du, das war die einer, die ich angehittet hatte auch. Was? Ja, das war die. Fuck. Voll krass, Mann, Mann. Ich hab die gehört mit dem Auto und so. Ja, Auto hab ich auch gehört. Aber ich dachte, Auto, ich konnte nicht auf... Äh, fährt... Fährt ist ein bisschen weiter... Weiter weg. Ich hab mir überhaupt keine Macht gehabt, Mann, Alter. Ich verstehe es nicht. Ja. 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 Wenn du bist, kannst du das mal nicht spielen. Wie kommen wir denn? Das ist mal ist grün. Oh. Grün, grün. Ja, wir sind ja nicht so. Gehen wir Pocinjci. Ja. Hier�den zu den Häusern. Oh. Oder wir gehen auf Katka. Wegen, wir gehen auf Katka, das glaub ich. Sehen wir mal, was jetzt Leute an Dings rausgehen. Bei Pocinjci rausgehen, Kule und Pocinjci. Alter, Flugzeug ist leer, ne? Ja, ist leer, also noch. Ich bin vieler. Und die meisten gehen sicher auf Hospital. Kann sein, dass viele aber jetzt auf einige gestoßen werden. Also ich sehe bei uns mal niemanden. Oh, ja. PUBG ist viel mehr locker. Das ist auf der Seite. Nein, da ist niemand. Damit uns kommt auf. Da ist kein Weg. Der ist vor der Weg. Das ist ein C1, das ist ein C2. Jetzt sieht man sogar die Namen von den Mobs. Boah, ich bewege mich viel schneller als vorher. First Person. Fuck. Wir geben das komplett, wir geben das durchgehen. Krass. Krass, du Scheiße. Mike. ... ... ... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich glaube, ich weiß es gar nicht, sonst muss ich es ganz einfach sagen. Ja, ich habe jetzt auch eine Acker. Ach, das Spiel ist viel leichter geworden. Ich muss es viel besser klaren. Ich gehe mal, ich laufe mal Richtung Westen zu den Häusern. Okay. Okay. Ich komme mal zu dem. Okay. 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 Ich laufe hier Richtung 150 zu den Häusern Hier liegt eine Stufe 2, du hast schon eine AK Ich brauche nur einen Muni Ich lasse die 30 Schuss liegen Wie warst du denn? Hier hinten und da ist 2er Rucksack Nein, hier Du hast auch die AK? Ich habe die AK schon, da liegt die Muni Welchen Muni hast du denn? Ich habe 30 Schuss im Magazin und und 105 Schuss mit Stufe 2 Rucksack Ja 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 Ich habe es einfach gefunden. So, kommen wir hier? Ich bin gut für heute. Ich bin gut für heute. Ich bin gut für heute. Vielen Dank. 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 Ich dachte mir schon, dass... ... 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 Da sind so viele Leute aus, oder? Gibt's die Flash-Teile für dich? Ich stehe jetzt mit Bandagen, hast du genug? Ein First-Ed, 15 Bandagen, 1 Pain-Kill und 3 Energy Hast du ein Medikit, ein 8kit? 8kit habe ich 1, also eine Gruppe Die liegt neben 16 Sehr gut das wir sehen über die Das ist ein Konzert. Für mich gibt es ein Konzert. Ich habe seine Ausstattung von uns erstmals auf dem der Resignisse Der Tümpflüssig Das ist die Konzert. Ich habe mich schon gesagt, dass wir die Ausstattung Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020